Für uns als BGZ ist das auch die oberste Priorität in unserer Unternehmensphilosophie. Die Sicherheit steht überall. Das ist vorausgeschickt. Wir suchen also nicht den bestgeeigneten Standort. Wir haben übrigens haufenweise solche Standorte in Deutschland. Und an den Standorten fragen mich die Leute, ich mache an jedem Standort einen Bürgerdialog, fragen mich, wann kommt es endlich weg?